Das Parlament würde gerne verbieten, Tracking Walls. Das heißt, man muss zustimmen, auf Schritt und Tritt überwacht zu werden beim Internet surfen, um bestimmte Angebote überhaupt nutzen zu können. Das passt natürlich der Werbewirtschaft nicht. Und dazu verhält sich die nächste Slide. Die fahren eine massive Lobby-Kampagne gegen dieses Tracking-Verbot, was das Parlament möchte. Und alle stehen auf der Matte, vor allem bei den Mitgliedstaaten. Ihr seht hier, 99 Prozent der Lobby-Kontakte kommen von der Industrie her. Der größte Ausmaß von Lobbyismus, den man je gesehen hat, hat jemand kommentiert dazu. Das Parlament hat unter anderem noch sich gewünscht, dass Nachrichten verschlüsselt werden auf dem Transportweg, dass sie eben nicht so einfach von Geheimdiensten wie der NSA angezapft werden kann. Auch das will der Rat wieder rausstreichen. Und das ist so wichtig, weil Wissen macht es. Wenn ein ausländischer Geheimdienst, eine ausländische Regierung wissen, was in unserer Kommunikation steht, dann kennen sie unsere Vorlieben und Schwächen und haben uns in der Hand. Und nicht nur uns, sondern auch politische Entscheidungsträger, höchste Richter, sind sozusagen in der Hand derjenigen, die ihre privaten Geheimnisse kennen. Und das kann sich eine Demokratie nicht leisten. Deswegen müssen wir kämpfen um die elektronische Privatsphäre. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.